Kette, Bells, Kette, Bells, Kettle all the way. Oh, wie viel Spaß es macht, wenn die Kugelhante schwingt. Kette, Bells, Kette, Bells, Kettle all the way. Oh, wie viel Spaß es macht, wenn die Kugelhante schwingt. Advent, Advent, ein Licht einbrennt. Erst ein, dann zwei, dann drei, dann vier, dann steht Sebastian vor der Tür. Während Corona die Welt lahmlegt, ein fieses Virus um die Erde fegt, steh ich bereit zu jeder Stunde, um dich zu trimmen, kerngesund. Ob Indoor- oder Outdoor-Training, ich find heraus, was ist dein Ding. Ob Squat, Mabu oder Burpee, ich mach dich fit wie noch nie. Sally Up, Sally Down, müssen wir mal schauen. Vielleicht doch lieber Tabata für einen fetten Muskelkater. Ich hole die Minibands heraus, lauf vor, zurück, rein und raus. Hoch und runter im Liegestütz, für Brust, Schultern und Trizeps. Zieh dich hoch, lass dich runter. Klimmzüge machen stets munter. Und dann noch ein paar Dips, statt ungesunde Spare-Ribs. Pflanzenkost ist eh viel gesünder. Mach dich schlank statt ründer. Beugt Volkskrankheiten vor. Herz-Kreislauf schießt ein Tor. 1 zu 0 für deine Gesundheit. Hält dich im Alter fit und weit. Dazu noch 16 Stunden Intervallfasten. Dein Darm regeneriert seine Lasten. Und wenn mal wieder der Rücken zwickt, dir Sebastian gezielte Übungen schickt. Gelenkmobilisation und sanfte Dehnung, moderate Bewegung und Rumpfkräftigung. Während Corona die Welt lahmlegt, ein fieses Virus um die Erde fegt, steh ich bereit zu jeder Stunde, um dich zu trimmen, kerngesund. Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Erst ein, dann zwei, dann drei, dann vier, dann steht Sebastian vor der Tür.